Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück bei Oldie & Goldie auf der Holzer Map. Ja, ich hab den Schwader schon an Eicher gegangen, ich hab den IAC noch wieder geholt mit dem Milchfass. Ich würd sagen, wir fahren jetzt zur Wiese 21 und schwaben die mal, wa? Also Abfahrt. Damit wir da vorankommen, moll, das wird noch ordentlich Juckelei, das hinterher da oben ins Siebel zu fahren. Deswegen würd ich das ganz gerne fertig haben. Aber kann sein, dass wir erstmal nur rund umschwaben und dann schonmal einen Teil hochfahren. Ist, glaub ich, angenehmer beim Schwaben. Mach ich öfters so. Das ist ganz lustig. Aber das heißt lustig, es ist angenehmer da zu fahren, ne? Weil du dann nicht mehr auf den Schwad aufpassen musst, wenn du hinterher rum umgeschwadet hast und Bahn fahren willst. Warum schaltet der noch allerdings da zurück? Was ist der doch da gar nicht? So, dann sind wir da auch gleich. Jetzt schon wieder zurückgeschaltet. Da sind wir schon am Ziel. So, dann seht ihr auch alles besser. Wir können schon mal ein Bildchen machen, ne? Drucki. So, Opfer, ne? Oh ne, wir sind doch ein bisschen nah am Zaun, ne? So, jetzt aber vorher freue ich, ne? Wie gesagt, ich denke, wir werden erst zweimal rund umschwaden und dann fahren wir schon mal ein Teil hoch. Dann sehen wir auch, wie viel wir brauchen und wie viel nicht. Und wir haben hinterher nicht das Problem beim Aussetzen, dass wir aufpassen müssen, dass wir in Schwad kommen. Deswegen mache ich das wirklich gerne. Ich finde das echt angenehm. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, dann ist das echt sinnvoll. Ja, und so langsam kommen wir auch die voran, ne? Wo wir mit Season spielen. Bis jetzt ist noch keine Langeweile aufgekommen. Wo wir dann dies machen müssen, wir müssen das machen, dann ist dies, dann ist das. Irgendwie ist immer was zu tun. Vor allem jetzt, wo das Gras wieder wächst. Wir müssen eigentlich die anderen Wiesen auch noch eine abgemähte schon düngen. Und diese muss dann auch gedüngt werden. Also zu tun haben wir genug. Langweilig werden sollte uns nicht, liebe Leute. Schick, schick. Es ist aber auch eine riesen Wiese hier, ne? Diese 21. Da ist schon ein bisschen was zu fahren. Dass du fertig bist. So, mal einen Schluck Kaffee, liebe Leute. Prost. Und liebe Leute, was haltet ihr von Oldie back Goldie? Gefällt euch nochmal, 17er zu sehen? Ich mag das. Projekt. Es ist was anderes. Nicht immer nur 19er. Auch wenn der 19er nicht schlecht ist, aber der 17er hat auch was. Muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Schick, schick, schick. So. Oh, da ist einer im Wald. Wie sind die da? Wie sind die da? Wie sind die da? Ich glaube, unser Ladewagen ist heute zu klein, um das hier alle einzufahren, ey. Da werden wir richtig viel zu tun haben. Ich zumindest. Wenn du wollt, können wir dann mal zwei Wagen, zwei Folgen Ladewagen fahren. Ladewagen fahren. Dann sehen wir ja noch oft. Obwohl, ne, sehen wir nicht mehr so oft. Danach machen wir ja fast nur noch Ballen. Wir haben ja nur zwei Solus hier im Endeffekt. Dann hat sich das Ladewagen fahren ja in die Dichte. Hatte ich eigentlich schon Hochdruck einige an den Hof gesetzt, wisst ihr das? Was? Was, was? Wann ich? Wenn nicht, muss ich das nämlich mal dringend machen. Meine Maschinen sehen schon aus wie Hulle. Die werden ja auch ganz schön viel gebraucht, ne? Aber das ist nicht von da ran zu leisen. Aber es läuft, liebe Freunde. Wollt ihr eigentlich, dass wir die 17er Holzer Map mal streamen, dann müsst ihr das bitte mal in die Kommentare schreiben, dass ich dann Bescheid weiß. Nicht, dass ich dann immer so viele Folgen aufnehme und wir können dann doch auch nicht streamen, dann müsstet ihr mir das bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Holzer Map LS17 mal streamt haben möchtet, müsstet ihr mir das in den Kommentaren schreiben und dann richte ich mich dann nach euch und streamen wir die 17er Holzer Map noch, da ist immer genug zu streamen eigentlich, und daran soll es nicht scheitern, dass wir hier nichts zusammen kriegen, ne. So, haben wir die erste Runde gleich schon hinter uns. Der Zaun ist hier nämlich böse. So, ab vor Ort. Oh, da geht's im Text. Schicki fein. Räuft nicht schlecht hier, ne. Aber zweimal rum, ey. Mein Gott. Ich merke, wie schwarnt, wie schlimm es. Das wäre ein Bauwagen. Und ich weiß nicht, wie viel da oben in dieses kleine Silo da reingeht am Schwanenhof. Und so groß ist das nämlich nicht. Und ihr habt ja gesehen, bei dem anderen Silo, da waren 100.000 Liter drin und es war im Endeffekt schon fast voll. Das hat sie ja nur noch nach vorne verteilt. Deswegen. Muss man mal gucken. Wie das lohnt. Oh ne, ich will jetzt keine Wohle kaufen. Überholt mal. Die Wohle. Außerdem haben wir gar keine Wohle. Ja, der holt im Mast wieder, ne. Komisch, das kriegt Pursplay hin, ne. Der Ding dazu umfahren, ne. Aber, mit andere, wenn du da aus Versehen den Versatz nicht vernünftig einstellst, dann ist auch schon der Essig, ne. Da hätte ich in der ganzen Wiese nochmal nachmähnen können, deswegen habe ich es dann lieber selber gemacht. Wann ich nicht so kreckeln. Oh ja, ich kann es nicht ändern. Shit happens. So Freunde, ich glaube aber mit Schwaden habt ihr jetzt auch schon genug gesehen, ne. Wird hin, nur so ein paar Bahnen ziehen. Bis ich hier fertig bin. Dann sage ich erst mal Dank fürs Zugucken bis hierher. Na, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Schreibt einfach einen Kommentar dazu. Wenn es euch aber gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss. Tschüss.